Du bist voll weit weg. Ja, mal wieder. Da! Direkt auf uns zu zweit. Wie viel hält denn der aus? Was? Ich habe einen ausgenockt. Zwei ausgenockt, glaube ich. Drei. Drei sind aus. Irgendwo einer. Ich habe einen Kill gekriegt. Ich auch. Ja, ich habe beide ausgenockten, habe ich gekillt jetzt. Okay, hier ist noch irgendwo einer. Alter, was hatte der Mann? Der hat ja alles ausgehalten, der Typ. Ich habe einen ausgenockten gekillt. Der müsste hier irgendwo in der Stadt sein. An diesem roten Haus war einer, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die das waren. Oder? Hier hinten. Tot. Oh, nice. Den habe ich krass zugehört. Zum Glück ist er gerannt, sonst hätte ich nicht gehört. Jetzt habe ich auch kurz gedacht, ich hätte einen Waggie gehört. Da vorne ist einer, bei dem Fackbau. Okay. Rechts oder links davon? Rechts, rechts. Aber wo ist der hin? Der war hier direkt. Doch, doch, der ist hinter dem... Ich höre hier ein Rennen. Hier bei mir am Bau ist einer. Ja. Ausgenockt. Ja. Am Scheißhaus ist immer noch einer, der hat einen Headshot gefangen. Ja, alle tot. Nein, 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 nein. Am Scheißhaus noch. Achso, achso, mich... Müssen aufpassen mit denen, wenn wir... Äh, die töten. Immer noch am Scheißhaus. Ja. Ja, ich sehe ihn rennen. Moment. Der rennt? Links fährt ein Auto an den roten Häusern. Rennt der weg, oder was? Nein, nein, der ist immer noch hinterm Scheißhaus. Aber ich habe ihn da halt gesehen. Oh, der leckt ja ultra der Typ. Ja, ja. Achtung. Achtung, ist tot. Direkt tot. Rechts sind zwei... Zwei Fahrzeuge stehen hier. Ja, das waren wahrscheinlich die, oder? Wir laufen links an den Häusern hier vorbei, blau markiert. Links davon. Ja, ja. Ah, die laufen da hinten. Die sind ausgestiegen mit einem Auto. Die fahren... Die sind da oben auf dem Hügel. Ja, ich sehe sie. Ausgenockt. Da ist der weit weg. Da ist der den anderen, der ist aber mega weit weg. Das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei. Ja. Zone kommt... Gleich. Jetzt sind wir erstmal geschützt mit den Bäumen da. Ja, vor denen. Ja. Ich wette in diesen Häusern sind noch, Alter. Oh, da hätten ist ja alles offen. Sind wir nicht von den Häusern vorhin gekommen? Ja. Ja, ne? Habt ihr... Da steht auch ein Auto hinter dem einen Haus. Ja. Hier oder was? Und ich glaube auf dem Balkon ist gerade einer... Ist die Tür aufgegangen. Echt? Ich bin mir aber nicht sicher. An dem rechten Haus oder das? An dem was hier vorne ist, links. Aber das kann auch sein, dass ich das einfach vorher nicht gesehen habe. Das ist jetzt unsere Aussage. Ich glaube die waren offen alle. Okay. Oh, der Drop kommt hier direkt vor unsere Füße runter. Ähm... Wenn es könnte, schießt mit Schalldämpfer, ne? Okay. Es sei denn du hast jetzt nur eine OMP, ist da ein Kacke da. Pass auf, Mike, Alter. Ja, wir sind drin. Du bist mega weit weg. Ja, das geht. Wir haben... Ausgenockt bis... Weiß ich nicht. Ich knock nicht aus. Na, du knockst nicht aus, aber du wirst ausgenockt. Danke für euer Vertrauen. Gerne. Dafür sind Mates doch da. Wir schreien jetzt weiter hoch. Okay. Lass doch ein bisschen zusammenbleiben. Was? Ich glaube es kommt einer runter hier zu uns. Einen ausgenockt. Okay. Junge, der ist so hart getroffen. Noch acht, ne? Zwei getötetet. Alter. Also das Leben noch fünf. Das heißt wahrscheinlich entweder... Hier oben bei mir vermute ich noch welche. Einer Team und ein Einzelner. Lass mal ein bisschen hoch zum Manu vielleicht. Da kamen auch Schüsse her. Mhm. Genau deswegen. Ja, hier rennt einer. Ja, hier rechts, rechts auch. Rechts auch. Ich habe einen gesehen. Richtung Nordwesten. Achtung. Ja, drei Leute sind hier, glaube ich. Ja. Da ist noch einer, der ist ein bisschen näher. Einen ausgenockt. Und einer ist hinter dem anderen. Hinter dem Baum. Ja, ich habe beide gekillt. Hier, die ausgenockt. Und hier ist einer hinter dem Baum noch. Tot. Ich werde auf mich geschossen. Von links, von links. Hier noch zwei Leute. Zwei Gegner. Einer ist tot. Ich weiß noch wo der andere ist circa. Der ist Richtung Süden. Irgendwo. Leute, die holen wir uns. Der ist irgendwo hier. Blau markiert. Ich sehe den, glaube ich. Tot. Nice Leute, Mann. Das war aber noch ordentlich eine geile Runde, ey. Wie vieles habt ihr? Fünf. Drei. Sechs. Nice. Sechs, Alter. Bam. Das hat Spaß gemacht, ey. Das war echt krass. Blements Ghurs.